Hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Orcs Must Die Together mit dem Darkest Play. Hallo. Der Steilhang steht am Start und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Kampf. Jo, ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Der Steilhang. Ja, der ist sehr steil. Du verlierst keine Spaltpunkte, wenn Herr Geldsack entkommen sollte. Wer ist denn Herr Geldsack? Ähm, der läuft immer mal rum, der Geldsack. Den siehst du auch. Das macht dann auch so einen typischen Sound. Also das hörst du auch. Und wenn du den erlegst, kriegst du eine große Menge an Geld. Okay, cool. Die du dann für Waffen natürlich wiederverwenden kannst. So, leertest du. Oh, ich hab immer noch meinen Lack- und Lederkostüm an. Okay. Habe ich extra für dich angelassen. Ah. Oh, jetzt kommen die direkt von zwei Seiten. Oder sehe ich das falsch? Die kommen einmal angeflogen. Und einmal kommen sie angelaufen. Okay. Ich werde hier mal eine Münzscheiße. Geht nicht? Eine Münzscheiße? Ja, eine Münzscheiße. Ich hole mir mal zwei Säure hin. Habe ich mal drei. Drei ist immer gut. Und hier mal was zum rauskicken. Oder schieße ich die deines Nirvana? Ja, ja. Und ich habe mal meine Drehfallen hier eingesetzt. Okay. Deine Drehfallen? Was für Drehfallen? Ach so, die Drehfallen. Die wir in der letzten Runde freigeschaltet haben. Okay. Ja, die habe ich auch. Wie kann man nochmal das Zauberbuch öffnen? Auf B. B. B? Was hat... B geht nicht. Ich glaube nicht. Auf B geht das doch auch. Ach nee, du hast schon Fallen platziert, oder? Ja. Dann geht das nicht mehr. Okay. Das geht nur bevor du die Fallen platziert hast. Ach so, okay. So läuft das. So läuft das hier in Transsilvanien. Oder so. So, ich bin ready. Okay, ich bin auch ready. Dann holen wir mal die Horde. Dann entfesseln wir sie mal. Ich gucke gleich schon mal, ob da irgendwelche Gegner angeflogen kommen. Ja, ich kümmere mich mal hier um die kleinen süßen Orks. Da kommen wir schon mal angeflogen. Ah ja, stimmt ja. Ich mache jetzt mal mehr Explosionsschaden. Das hatte ich ja in der letzten Folge eingestellt, den Skill. Okay. Ja, wenn ich die Verzauberer, der Selbstmordschaden ist erhöht. Oh, deine Drehfallen sind sehr nice. Ja? Ja, auf jeden Fall. Die rocken hier alles weg. Dann kannst du mir mal hier bei den Fliegefigern helfen. Okay. Wo sind die denn? Ah, da oben. Die kommen so beflogen. Unsere Fliegen. Oh, wir kriegen Besuch. Nahkampf-Action. Ja, da ist ein Mana, aber Mana brauche ich noch nicht. Verzaubern. Ah ja, du hast ja dein schönes Schild, ne? Genau, ich kann da hier einfach mal reinbashen. Kannst du eigentlich noch heilen? Ich kann auch noch heilen. Ja, den habe ich auch noch mit dabei. Okay, das ist ja super. Hier sind ein paar Runner. Okay, die dürfen wir auf keinen Fall durchkommen lassen. Nee. So, ein neuer Spalt öffnet sich. Das heißt, ab nach oben und dort mal ein bisschen was. Die Spalte ist offen. Ein bisschen was zum Verteidigen hinbauen. Ach du Scheiße, dieser schmale Weg. Ob ich den überlebe? Okay, ich hau hier mal oben Basilisken auch hin. Lass mal einen Platz für mich, bitte. Reicht dir der Platz? Ja, da steht einer. Sehr schön. Flieger? Guckst du mal erstmal nach den Fliegern? Ja, ich guck nach den Fliegern. Ich werd die Flieger vom Himmel pusten. So einer bist du. Mhm. Ich bin ein Puster. Ein Puster. Der Puster. Ich lass meine Gegner gar nicht zu den Fallen kommen. Ist das schlimm? Mhm. Nö. Oh, da kommen viele Fliegen. Aber die killen sich alle selber. Wir sind ein paar Runner. Ja, aber die kommen auch nicht so weit. Dann sprengen wir die mal. Ach, fliegen. Wo wollt ihr denn hinfliegen? Wir wollen jede Menge fliegen. Ja. Ich schau dir mal ein paar Specials ab. Ein Runner. Der ist weg. Okay, ist nicht durchgekommen? Nein. Okay, super. Wir haben noch alle 30 Spaltpunkte. Okay, das ist gut, dass noch alle 30 Spalten da sind. Oh ja. Ich springe ja eigentlich immer runter. So zur Eröffnung der Season. Oder der Session. Oh ja, stimmt. Kommt bestimmt auch noch der Fall. Einfach für die Statistik, dass wir halt nicht so perfekt sind. Ja, stimmt auch wieder. Nachher. Also Pro-mäßig spielt. Stimmt auch wieder. Steam, die denken sich dann auch wieder. Ah, die spielen doch nicht hier mit rechten Dingen. Genau, dann werden wir wieder gesperrt. Ja, aber wieder die Probleme. Nur weil wir so gut sind. Aber sonst... Geht überhaupt nicht an. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht eingebildet. Überhaupt nicht, nein. Warum auch? Aber wenn man die Weide zählt, ist man halt auch nicht eingebildet. Stimmt, warum sollte man dann eingebildet sein? Ja, wenn sie Weide... Ja. Oh, Mann, Mann. Sie gehen wieder zurück hier, ihr Typen. Ja, die haben... Ich glaube, hier könnte ich mal eine... eine Dings hin kloppen. Ein zum Münzpresser? Ja, aber die passt nicht vom Platz. Ja. Ich kann hier eine hin kloppen. Kannst du mal eine Heilung? Hier steht eine. Kannst du vielleicht mal eine Heilung rauskloppen? Okay. Wäre das denn möglich? Bitte. Vielen Dank für die Blumen. Lass mal noch einen Platz für eine Säure. Kannst du am Ende nochmal ran. Ich gehe nochmal rüber und platziere da nochmal eine. Okay, da kommen auch die Orks. Und eine... Nee, für eine Drehfalle habe ich kein Geld mehr. So, dann hauen wir uns... Die Drehfallen, die hauen echt rein. Ja, auf jeden Fall. Die rocken richtig. Also davon platziere ich hier noch welche. Ja, auf jeden Fall. Die gehen richtig ab. Die sind genauso... Was kosten die? Die kosten 700. 700. Okay, dann gehe ich mal zur anderen Seite. 700? Ja. Okay. So, bei mir ist Ruhe. Ich versuche hier mal ein bisschen was abzuhalten. Das ist ein bisschen was. Was war das? Ich habe ein paar Kugeln reingeschossen. Ja, das war richtig heftig. Okay, jetzt kommt die andere Seite wieder. Und dann gehen... Aber ich denke mal, deine Drehfallen, die hauen die schon gut einen aufs Mundwerk. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ja, hier geht es eigentlich super. Und bei dir? Da kommt jetzt der erste Over. Okay. Kommen hier eigentlich auch Elementare? Ich habe da gar nicht am Anfang drauf geachtet. Habe ich auch, nein. Aber hier der Over, der... Die muss man jetzt erstmal besiegen, also... Also, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich sag Bescheid, ja. Ich sag denen auch Bescheid. Aber bis jetzt hauen deine Drehfallen hier richtig gut rein. Okay. Und ich habe auch einen Ogre. Aber ich versuche den mal zu verzaubern. Ja, ich habe ihn verzaubert. Mhm. Und er ist in wenigen Sekunden in den ewigen Orkjagd gründen. Okay, er ist tot. So, sehr schön. Okay, mal gucken, ob ich hier noch einen Basilisken schmeißen kann. Ist alles so hoch. Oh, sehr schön. Ich kann deinen Basilisken mit Drehfallen einbauen. Okay. Ich haue hier nochmal ein paar Säure. Ach, scheiße. Die ist ein bisschen doof gelegt. Da passen ja auch... Nein, da passen keine Zweien. Ja, auf jeden Fall noch mal ein paar Stachelfallen hier hin. Stachelfallen. Ich habe gerade noch 100 Geld eingesammelt. Jetzt kann ich hier noch zwei Drehfallen hier unten. Oh, ich habe gerade auch was eingesammelt. 100. Oder? Wie viele? Auf jeden Fall. Ja, noch eine. Ja, ich haue hier nochmal ein paar Dings hin. Ein paar Sprungfallen, dass hier rausgekickt werden. Dann platziere ich lieber oben noch eine Drehfalle. Ja. Ich drehe hier nochmal eine... Ach, ich drehe hier. Ich stelle hier nochmal eine Sprungfalle, zwei Stück auf. Und eine Pfeilwand. Eine Pfeilwand hier schön bei der Münzpresse. Okay. Ja, auf jeden. Dann bin ich fertig. Ich auch. Die Ochs können... Okay, Fliegen sind auch wieder da. Ich glaube, die besiegen wir erstmal, weil die stören sonst nicht. Ja, ich verzauber die mal, dann fliegen die nicht so weit. So, rechts down. Machst du die link... Okay, ist schon down. Oh, zwei Ogas bei mir. Bei mir auch. Aber ich habe die beide verzaubert. Also, einer ist tot. Einer habe ich besiegt. Okay, dann zweite Ogre, der ist auch down. Von ihm ist nur ein Skelett übergeblieben. Also, bei mir geht es gerade ganz schön ab. Ja, bei mir ist jetzt eigentlich... Okay, da liegt noch extra Geld. Das heißt, doch mal ein paar Stachelfallen hier hinstellen. Okay, ich bin pleite. Ach, verdammt. Da sind noch Fliegen. Nein, die kommen nicht durch. No, man. Nein, von hinten auch. Ihr fliegt nicht mehr. Heute ist Flugverbot. Flugverbot. Eindeutig. Flugverbot über Flugraum... Oh, elementar. Aber das ist down. Gehen sind auch noch fallen, dann kurz vor dem Spalt, die man noch im Notfall zünden kann. Okay, oh, der Ogre. Aua, ah, verdammt. Der haut ganz schön Schaden rein. Okay, er ist down. Eieiei. So, jetzt kriegt hier meinen Powerball ab. Ein Ogre noch. Aua, er hat mich gleich tot. Verdammt. Nein. Oh, ich habe ihn verzaubert. Ich habe dir ein bisschen Energie gegeben. Okay, stirb. So, hier ist Geld. Ja, nice. Ich habe richtig viel Geld. Ja, ich habe...